Uh, der Skin sieht mega cool aus. Der Skin ist mega. Also ich habe ja die Teaser gesehen mit Dingens und so. Aber jetzt sehe ich es hier erst zum ersten Mal ja mal richtig hier in diesem Dingens. Ich finde dieser Skin ist einfach mega cool. Das ist ein mega krasser Skin. Der sieht mega cool aus. Vor allem die Frisur und alles, mega episch, die Ohrringe etc. Ich finde der Skin, der hat einfach was. Der Skin ist mega cool.